Ich glaube, Harburg wird von vielen Hamburger unterschätzt. Hier trifft die Großstadt auf Natur, die Hektik auf Ruhe. Man kann wohl sagen, dass Harburg allgemein ein loses Mundwerk hat. Also alle, die hier auf der Süderelbe leben, auf jeden Fall sind hier alle sehr offen. Das merke ich auch immer in meiner Notaufnahme. Ich sage immer, meine Notaufnahme. Da mein Team wirklich meine zweite Familie ist. Weil wir natürlich durch Grenzsituationen gehen. Wir können nicht jeden Menschen retten. Aber wir stehen das gemeinsam durch. Wir sind hier alle gefühlt auf einer Ebene. Ärzte, Pflege- oder Reinigungskräfte. Wir sind hier alle etwas verrückt. Aber wenn es darauf ankommt, sind wir professionell, schnell und können uns blind aufeinander verlassen. Ich möchte jeden Tag etwas Sinnvolles machen. Etwas hinterlassen. Und das mit Menschen, die für mich die Familie sind. Und genau deswegen arbeite ich nur hier.